Kamera läuft. So. So wie kurz nach dem Aufstieg ein bisschen besser ausschaut. Das ist dein Geliebter, die Kamera. Und wenn du dich selbst spielst, das ist harmonisch, dann kriegt das auch deine Zuseher mit. Weil das ist eine ganz andere Energie. Verstehst du mich? Du darfst immer auf dem Kran reiten, glaubst du? Ich kann ja da einen erotischen Kuss andeuten. Ich finde, wenn man den Akt vom Kuss gar nicht ausführt, sondern von Dramaturgie spreche ich. Wenn man den andeuten findet, das ist erotischer, als wenn man ihn ausführt. Das ist sicher noch nichts. Aber das hängt halt ein bisschen davon ab, wie groß der Prinz ist, gell? Prinz! Der Pyjama-Killer ist da. Norbert Kauer, du bist und zwar so gut. Okay. Der Pyjama-Killer ist da. Der Pyjama-Killer Der Pyjama-Killer Der Pyjama-Killer Der Pyjama-Killer Der K ist da rüber. 4, 5, 6, 7 und du schaust 8. 2. Wie es mit dir beieinander sein dürfte, sieht sie da an. Ja, so schlecht tut sie da an. Ich finde, die könnte man schon ausschreiben. Schreiben wir es mal. 261.